So, wir sind wieder da, bei Pokémon Weiß. Ja, gecuttet habe ich jetzt einfach mal, ich nehme einfach am Stück jetzt auf. So, letzter Part, wir haben unseren Orden bekommen. Und den sehen wir uns jetzt mal hier an, falls das irgendwie geht. Nein, geht nicht. Trainer Pass angucken geht auch nicht. Gut, dann eben nicht. Und wir müssen jetzt erstmal hier zur Traum, 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 wie heißt das Ding? Traumbrache, genau. Denn hier müssen wir jetzt den Zerschneider einsetzen. Dann müssen wir den Zerschneider einsetzen. Ja, Nagelot setzt den Zerschneider ein. Erstmal schön diesen Busch zerhäckselt. Und natürlich, wir machen die Drecksarbeit und Belle geht dann einfach mal schnurstracks zuerst durch die Tür. Was soll das denn? Was ist los, Belle? Oh, wir haben den Ruf eines Pokémon gehört. Was mag es wohl sein? Jetzt können wir mal gucken. Und, oh. Mei, was bist du denn für ein Schweinchen? Du schaust ja so niedlich aus. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch, oder? Egal. Was wollt ihr von diesem Somnian? Hört auf, Plasma! Aus! Fui! Sitzplatz! Aus! Ihr wollt doch, ihr wollt doch bestimmt mal auf die Backen, oder? Ihr wollt 100 Pro wieder mal ein paar auf die Fresse. Wett ich mit euch. Okay, okay, jetzt hast du es übertrieben. Alter, du hast dieses Somnian geschlagen. Jetzt raste ich aus. Jetzt flippe ich aus. Komm her. Ich nehme mich mit zur Brust und dann mache ich dich kaputt, Mann. Komm her. Meine Fresse, ich glaube es ja nicht. Hat einfach dieses Somnian gehauen. Das könnte ich ausrasten. Ich bin ja ein ganz ruhiger Mensch. Aber wenn es um sowas geht, raste ich aus. Dann werde ich zum Tier. Dann werde ich zum Hulk. Und mein Kopf wird schon wieder. Ach, Nagel-Lotz. Nagel-Lotz-Lv10. Was will er damit machen? Ich brauche erstmal eine Pommes. Hm. Jam, jam, jam. Mist, wow. Damit machst du nicht grad viel Schaden. Denn es ist für dich kein Step-Move, du Idiot. Hättest du mal lieber Tackle gemacht, hättest? Was mach ich denn hier für einen Scheiß? Hättest du mehr Schaden gemacht? Aber gut. Bäm, auf den Kopf. Ja, ich sag doch, hättest du mal Tackle gemacht. Und auf einmal hören sie auf mich und machen mich was kaputt. War ja klar. So, Nagel-Lotz besiegt. Und wir erreichen Level 15. Jawohl. Oh, wow. Ich hab ihn besiegt. Wer hat's gedacht? Und jetzt lass die Finger von diesem Somnian. Oh, jetzt kommt die nächste. Du kriegst jetzt auch noch auf die Backen von mir. Ich klatsch dir die Titten weg, du. Gut, das war jetzt ein bisschen verbal. Tut mir leid. Aber, wenn sich jetzt auch noch eine Pussy gegen mich stellt, dann hört's echt auf. Die hat einen Faili-Loo. Okay. Ich muss jetzt strategischer vorgehen. Denn Serpy feuert nicht mehr sehr viel KP. Ähm, Beutel. Ich mach das jetzt mit der Maus. Ihr hört jetzt wahrscheinlich was Klicken, aber das ist mir egal. Trank... Oh, fuck. Ich müsste mal Supertränke kaufen. Fällt mir auf. Ah. Gutes, gutes Zeug. Lecker Schrifttruck. Das Beste, was man kaufen kann. So. Jetzt geht's ab. Ich hau straight mit Ranken drauf. Ist mir egal. Ja, zieh doch genug ab. Kann man lassen. Ba-ba-ba-bäm. Gut, Felilu wurde besiegt. Wir erhalten 115 EP. Nochmal 400 Poké-Dollar. Wir nehmen euch aus, ey. Ich hab euch gesagt, legt euch nicht mit mir an. Lasst dieses Somnia in Ruhe, hab ich gesagt. Aber nein. Alter. Jetzt lang. Jetzt hol ich einen, der auf dich aufpasst. Okay, der war jetzt eigentlich nicht gemeint. Hey, Jesus. Ich nenne ihn immer Jesus, obwohl er G-Cis heißt. What? Da ist noch einer. Hä? Sag mal, gibt's zwei von denen. Es geht ab. Kagebushin no Jutsu, oder was? Der ist voll cool. Okay. Auch wenn er der Boss von Team Plasma ist. Er kann sich kopieren. Und das ist schon mal richtig heftig. Ich meine, ich kann das nicht. Und, ja. Ich würde es auch gerne können. Aber gut. Bla-bla-bla. Oh, da kommen wir wieder. Okay. Somni-rova. Äh, Somni-vora. Das Vieh ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich mag's irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich meine, es hat einen ziemlich guten Spezialangriff. Nein, nein. Sagen wir einen guten. Verteidigungswerte sind auch verdammt gut. Ja. Aber, naja. Ich mag's einfach nicht. Okay. Traumdunst. Warum wir das nicht sich aufheben durften, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut. Ja, okay. Ist ja gut. Lass mal abhauen. Durch das Gras rennen. Dann hier hoch. Dann hier hin. Und noch mal ein Item holen. Genau. Einen Schutz. Schützt euch immer, Kinder. Kann nie schaden. Okay. Und hier ist noch ein Item. Und zwar... Nee, komm schon. Eintrank. Und da sehe ich noch ein Item, was wir uns jetzt noch holen können. Finde ich gut. Jetzt müssen wir wieder hier rum. Ui. Hoppala. Der sollt jetzt nicht ganz so laut raus. Äh, darum, genau. Jetzt da runter. Da. Lagen. Ups. Und noch ein Pokéball gefunden. Ich finde das immer wieder so ironisch, dass einfach ein Pokéball in einem Pokéball gefunden wird. Da könnte ich immer noch Bauklötze staunen. Ich habe wieder Bock auf Minecraft. Ha. Bauklötze. Minecraft. Ich habe das beides verbunden miteinander. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt gehe ich nochmal schnell Pokémon heilen. Und dann geht es auch schon weiter hier. Pokémon heilen. Pokémon heilen. Da kann schon mal was trinken. Ganz schnell. Ganz schnell. Turbo. Ha. Ich war schneller. Ich habe sogar die Flasche schon abgestellt, bevor du fertig warst. Ha. Fuck. Ich habe zu schnell getrunken. Hoppala. Gut. Da wir das jetzt gemacht haben, müssen wir jetzt nochmal zuvivieren. Warum? Keine Ahnung. Das ist einfach so. Klingt komisch. Ist aber so. Ha. 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 Ich will noch mit dir reden. Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze. Das hat Traumdunst mit Trainern zu tun. Aber gut. Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Ja. Was ist das C-Gear? Das C-Gear könnt ihr mal wieder nicht sehen, da es auf dem zweiten Bildschirm ist. Ich werde mal gucken irgendwie. Vielleicht mache ich jetzt auch gleich Pause und gucke, wie man die Bildschirme wechselt. Ja. Wir schalten es gerade mal ein. C-Gear. Okay. Könnte es eigentlich rumlaufen? Nein. Das Ding muss erst mal aufbauen. Oh man. Vielleicht werde ich es doch einfach ab Part 10 oder so so machen, dass ich halt beide Screens aufnehme. Ich meine, ist ja auch ganz cool. Ach nein. Hätte ich mal die Schnauze. Hätte ich mal Nein gedrückt. Hör doch auf. Ja, ist ja gut. Ich habe das alles doch schon gemacht mal, Alter. Äh, Alter. Jetzt kommen die Kleine auch noch. Rubina. Was kriege ich jetzt? Ah, stimmt. Das Adressbuch. Genau. Cool. Nintendo Wi-Fi Connection. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau. Gut. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so, dass ich immer mal so ein paar Parts am Stück aufnehme. Und dann einfach nur splitten werde. Ich meine, das habe ich jetzt bei Tower Edition letztens schon gemacht. Haben wir eine Stunde lang aufgenommen. Ich habe die einfach gesplittet, die Parts. Bei Minecraft wird es ein bisschen kompliziert, weil die Parts dann die Videos voll die große Datenmenge haben. Und ich mache jetzt mal wie gesagt eine ganz kurze Pause und schaue mal, wie ich die Bildschirme wechseln kann. Bis gleich. So, ich habe es geschafft. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss einfach nur Bild nach unten drücken. Und... Ja, jetzt haben wir hier das C-Gear. Ihr seht wahrscheinlich auch meine Maus hier. Ja, was kann man mit dem C-Gear machen? Wir haben einmal hier Infrarot. Wer es noch nicht wusste, in den Spielekassetten von Black, White und von Hard, Gold und Soul, und Silver sind Infrarot-Module eingebaut. Die sind ganz klein. Wenn ihr mal an den Rand oben guckt, seht ihr so ein ganz kleines Teiler. Und... Ja, bei Hard, Gold und Soul, Silver wurde es dazu benutzt, ähm... Mit dem Poke... Fuck, wie heißt das Ding? Mit dem Poke-Walker zu verbinden, genau. Jetzt hier bei Black & White kann man noch eine Stufe höher gehen. Man kann... Man braucht nicht mehr irgendwie über Drahtlos-Verbindungen oder, ähm... Oder irgendein Link-Kabel, äh, Oldschool, zu tauschen. Sondern man kann es direkt über dieses Infrarot machen. Das ist ganz cool. Ich gehe mal kurz hier drauf und... Ich kann nicht klicken. Warum kann ich nicht klicken? Ihhh. Ich muss auf den anderen Bildschirm klicken und... Hä? Ich raff das nicht. Egal. Ja. Da kann man dann tauschen und kämpfen und all sowas machen. WLAN ist einfach, ähm... Warum klickt er überall, wenn ich da hingehe? Äh, hier klicke. Auf Drahtlos. Ich raff das nicht. Guck schon wieder! Ach, egal. Ja, WLAN ist einfach, ähm... Internetbezogenes Zeug. Und über Drahtlos ist halt, wenn du mit Freunden nebeneinander bist, könnt ihr mir Visocaster telefonieren. Das geht beim DSi nur. Da seht ihr halt über die Kamera vom DSi die Leute, mit denen ihr gerade über Visocaster telefoniert. Und das finde ich verdammt cool. So, ändern wir mal den Bildschirm wieder. Oh, Maus noch ein Bild. So, dann wechsle ich hier gerade nochmal den Bildschirm bei meinem Team, dass ihr mal sehen könnt, was gerade so abgeht. Okay. Wir haben hier Zerpivoy Level 15. Ähm, oh. Fuck, da. Attacken, Tackle, Silberblick, Rankinip. Und ich zeig's euch jetzt mit Wachstum. Kann mal wechseln. Der Körper wächst, dadurch steigen Angriff und Spezialangriff. Habe ich doch gesagt. So, als nächstes haben wir dann... Oh, Entschuldigung. Haben wir dann Yorclef. Das ist eigentlich irrelevant. Nagelotts ist auch irrelevant. Und Sodamag ist auch irrelevant. Müssen wir nicht zeigen. So, dann zeig ich euch nochmal, wie das Interface überhaupt aufgebaut ist, falls ihr das noch überhaupt nicht gesehen habt. Ähm, wir haben hier Pokémon. Pokédex ist jetzt rechts. Was ich irgendwie auch nicht so ganz weiß. Rechts. Ihr Schweine, ihr. Ähm, Beutel. Ganz klar. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, da haben wir jetzt die TMs und VMs. Die Medizin. Die normalen Items. Die Basis-Items. Und die Bären. Ja, Bären gibt's auch wieder. So, Adressbuch können wir einsetzen. Will ich aber nicht. Karte können wir auch einsetzen. Ähm, okay. Jetzt bin ich hier wieder rausgegangen. Gut, egal. Wir switchen jetzt das Bild. Ähm, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich kann jetzt weitergehen. Ist mir gerade aufgefallen. Ähm, 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 ähm. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Aber halt, hier gibt's noch Items zu holen. Genau. Ja, was dieser dunkle Fleck im Wasser soll, das werde ich euch alles später noch erklären. Denn ich kann das jetzt eh nicht zeigen, was das ist. Aber ich kann euch den Sinn später an einigen anderen Stellen erklären. Es muss nicht unbedingt Wasser sein. Es geht auch im Gras und sowas. Aber alles zu seiner Zeit. Das erklär ich euch dann, wenn's soweit ist. So, und... Kann ich da drüben eigentlich hin? Moment. Nein, kann ich nicht. Da muss ich rüber saufen, okay? So, hier können wir jetzt endlich durch. Da kommen wir nämlich nicht durch, bevor wir da alles gemacht haben. Gut, hier gibt's kein Item. Ähm, ja. Was ganz cool ist, du hast direkt nach der ersten Start die Pension hier. Das find ich ziemlich cool. Und ich werd jetzt einfach mal ganz dumm ein Pokémon in die Pension schicken. Und will einfach mal am Ende des Let's Plays dann wissen, welches Level das Pokémon hat. Und zwar schick ich jetzt... Nein, nicht Sodamack. Ich schick da jetzt... Ich schick mal Yorklef einfach rein. Ich will einfach mal am Ende des Let's Plays dann wissen, was für ein Level das fiert. Ich mein, das ist bestimmt ganz cool. Bestimmt so, Level 80 oder so. Äh, ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen Kindergarten. Ja, Kindergarten. Ihr habt richtig verstanden. Bei dieser Tussi hier kann man seine Pokémon heilen. Das find ich so genial gemacht in Black & White. Du hast überall irgendwelche Leute, die deine Pokémon einfach heilen. Dann haben wir hier kleine Kinder. Die spielen. Wah, wah. Okay. Und ja, links gibt es jetzt so ein paar Trainer. Und nach unten gibt es auch wieder ein paar Trainer. Hier Doppelkampf sogar. Aber das will ich jetzt nicht nur mit hier reinpacken. Ich will uns jetzt mal stylisch hier an die Pension. Wo die zwei Pokémon da gerade rumrennen. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt für diesen Part. Leute, wir sehen uns im nächsten Part zu Let's Play Pokémon White. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer TK. Haut rein, Leute.